Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier mit von Löher Gameplay-Satz-Hobby. Und von meinem Titel vergessen den ich immer nenne. Ja, wir sind in Runde 3 angekommen mit nur noch einem Schläger, den nur noch einen Fehlschlag aushält und dann ist er kaputt. Scheiße. Also, wieso man den nächsten Gegner uns, ja, gehen unseren Schicksal entgegen, welches uns wahrscheinlich aus dem Turnier wieder rausschmeißt. Huch, ich hab wieder zwei Schläger. Ja, cool, ich hab gedacht, man behält die kaputten. Sehr schön. Doakley, 121 mit Peach. Na denn, wollen wir mal schauen, wie gut du bist. Da ist ja bestimmt schon längst wieder jemand mit über 2000 Punkten. Ja, ja, ja. 40 0 wahnsinn Nein, das war auch so ein scheiß Bremsball. Es läuft gut im Stadion. Läuft aber echt mies für sie oder für ihn, ich weiß es nicht. Das war doch mal ein schönes Spiel, geil! Aber trotzdem, Doakly, 121 und tatsächlich, sie hatte schon wieder über 2000 Punkte, Wahnsinn! Aber dass ich dann so leicht gewonnen habe, war trotzdem nett, mit dir zu spielen. Okay, sehr schön! Wir machen natürlich direkt weiter, wir sind erst bei 3 Minuten mit den nächsten Gegnern. Hey, wir sind in Rang 4! Im Halbfinale! Mach Sachen, ey! Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich glaube, jetzt bin ich weiter als sonst. Nein! Mein Ernstfeind! Buhu! Mit Martin! Also, Martin mit Buhu! So rum! Na toll! Das war ja wieder klar, dass ich wieder gegen irgend so ein Buhu spielen muss! mourn's! Oh, wei! Oh, wei! Oh, wei! Oh, wei! Oh, wei! Oh, wei! Hey, ich hab nach hinten gedrückt, nicht zur rechts. Meine Güte. Ich hasse Buhu. Der ist echt mega schlimm. So, ich bin dran. Hoffe ich doch. Juhu. Also Trickbälle kann ich mit Bows halt eben nicht diese Kurve schlagen. Ja, ja. Komm schon, das ist das Halbfinale. Lass mich ins Finale wenigstens kommen. Das geht's nicht... Das macht's 2. Ja. 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 Na! Adrenalin. 10 jawoll ja ja jetzt habe ich sogar aufschlag shit oh oh Was ist das? Was ist das? Jawoll, jawoll! Komm, noch zweimal! Haben wir nicht im Finale! Oh! Ja! Ja! Hey, es geht los hier! Haha! Ja! Ja! Hey, ich freue mich! Finale! Das hätte ich nicht gedacht! Gegen Buhu! Juhu! Oh, was für ein Sieg! Wahnsinn! Boah, meine Pumpe, ey! Ey, die pumpt sich echt verrückt hier gerade! Wir sind im Finale, Baby! Hoffentlich schaffen wir es diesmal! Wahnsinn! Gleich beim ersten Durchlauf! Okay, wir sind zwar erst bei acht Minuten, aber wir haben zwei Spiele jetzt hinter uns und den letzten Teil sparen wir uns fürs Finale auf. Keine Ahnung, wie lange das dann eventuell dauert, gegen was wir da dann spielen dürfen. Wir werden sehen! Wir sehen uns im Finale! Juhu! Aus Frankfurt am Main, so gesehen! Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei! Mal schauen, ob wir den Titel holen in diesem Turnier! Ich würde mich auf jeden Fall freuen! Das war Malwürden Tennis Aces auf Nintendo Switch mit von Neuer Gameplays als Hobby und Bowser! Ja, viel Spaß noch und tschüss! Bis zum nächsten Mal!